Hallo, ich bin Lara von der Stadt Künselsau, bin 16 Jahre alt und mache meine Ausbildung hier im ersten Lehrjahr zur Verwaltungsfachangestellten. Hallo, ich bin der Schein, ich bin 18 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Jahr meiner Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und wir zeigen euch heute, was wir alles in der Stadtverwaltung Künselsau tagsüber so machen. Kommt mit! Direkt hier im Foyer befindet sich das Bürgerbüro. Hier sind wir direkte Ansprechpartner für die Bürger der Stadt und sind zuständig für zum Beispiel Ummeldungen, Ausweise, Reisepüsse und alles, was die Bürger betrifft. Auch der Stadtbauung ist Teil der Ausbildung. Hierzu gehören zum Beispiel die Bauverwaltung, die Stadtentwicklung oder der Denkmalschutz. Hier sind wir im Hauptamt. Dazu gehören zum Beispiel die Abteilung Marketing und Kultur. Hier wird sich um das Stadtmarketing, die Veranstaltungsplanung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeitung gekümmert. In der Ausbildung helfe ich dabei, Social Media oder Blogbeiträge zu erstellen, Pressetermine wahrzunehmen und bei der Veranstaltungsplanung zu unterstützen. Vor Ort bei den Veranstaltungen helfen wir ab und zu, wie hier zum Beispiel bei der Queen Night Live. Hallo Herr Neumann, dem Bürgermeister läuft man hier öfter mal über den Weg. Frau Knobel und Frau Deibert sind als Ausbildungsleiterinnen zuständig für die Azubischen. In der Stadtkämmererei dreht sich alles um Finanzen. Hier wird die Haushaltsplanung vorgenommen und Steuern abgerechnet, aber auch Buchhaltung und Controlling gehören dazu. Wie du gesehen hast, ist unsere Ausbildung sehr vielfältig. Werde jetzt aktiv und bewirb dich bei der Stadt Künzels auch. Werde ein Teil unserer großen Familie. Wir hoffen, euch spricht es jetzt an und wir freuen uns. Kommt zu uns, kommt in unser Team. Bewirb dich bei uns und werde Teil unserer großen Ausbildungsfamilie. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.